Musik Meine Herren, in dieser Stunde arbeiten in unseren elf Filialen 1432 Herren an solchen Käfischen wie Sie, um Verkleidung unserer Königin beizuholen. Musik Die Dreigroschenoper, meine Damen und Herren, hat mit Lohngrien so wenig zu tun wie Kurt Jürgens mit Bayreuth oder Hildegard Knef mit der Mailänder Skala. Unsere Dreigroschenoper ist viel eher ein Drei-Millionen-Musical. Musik Was hast du denn in der Hand, Robert? Ein Messerkleppen. Unglaublich. Hast du sowas schon mal gesehen? Fisch mit dem Messer? Musik Gangster also und Bettler, Kesse Bienen und steile Zähne. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn sie singen und sagen, wie ihnen ums Herz ist. Du gemeiner Schuft hast du etwa zwei Frauen, du Ungeheuer. Ja, was heißt das, Mac? Wer ist das überhaupt? So sag ihr doch bitte, ich bin deine Frau. Wenn ihr nur zwei Minuten die Klappe halten würdet, wäre alles aufgeklärt. Nein, ich will nicht meine Klappe halten. Ich kann das nicht länger ertragen. Ja, meine Liebe, natürlich hat da die Ehefrau... Ehefrau, dieses dreckige Früchtchen. Ehefrau, einen gewissen natürlichen Vorrang, zumindest nach außen hin, meine Liebe. Was hast du dir denn da ausgesucht? Das ist also deine große Eroberung, deine Schönheit von Soho. Ich habe die Anklageakte mitgebracht. Es ist eine Liste, die überhaupt nicht aufhört. Du, du hast zwei Kaufleute umgebracht, über 30 Einbrüche, 23 Straßenüberfälle. 26, ja. Und das Schiff mit acht Segen und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. So, du wirst ja mal sagen, wer dieser Mensch ist mit diesen Handschuhen. Mackie Messer. Oh Gott, es ist schön. Gegen Mackie? Liegt in Scotland Yard gar nichts vor. So, und jetzt wird durchgegriffen. Eine Stiefel ziehe ich nicht, also auf gar keinen Fall, dann verzichte ich lieber. Das ist der einzige Geschenk meiner armen Mutter und nie. Ich mag noch so tief gesungen sein. Ja, das ist kein Unsinn. Ich weiß nur, dass du drückte Füße hast. Nach ihrer sensationellen Uraufführung begann die neue Filmfassung der Dreikoschenoper unter der Regie. Die von Wolfgang Staute mit ihrer internationalen Starbesetzung ihren Siegeszug. Von Berlin bis New York, vom Kurfürstendamm bis zum Broadway. Man sieht nur, wie im Licht, wie im Dunkeln sieht man nichts.